So, hey Lotte, da sind wir wieder bei Let's Play Together Minecraft mit Alex. Genau. Jetzt mein Erster, wie nimmst du dich am Stück auf? Ich weiß nicht. Ja, könnte man eigentlich mal machen, aber... Also mir stößt es jetzt nicht, aber... ja. Ich bin hier immer noch am Rumsuchen, wo dieser dumme Befehl ist, ey. Ich hab hier Befehl. Es sind nur fünf Seiten, da muss... Ich baue mal in die andere Richtung. Hm, so. Oh, das könnte heiter werden. Das Schiff darfst du nicht abspacken. Was glaub ich nicht passieren wird. Ähm, ähm, ähm... Ah! Was ist denn los? Da ist immer der Sache doch schon näher. Ich versuche nochmal die Truhe aufzumachen. Ne. Geht immer noch nicht. Ne. Ah, jetzt. Okay, jetzt. Jetzt muss es vorgehen. Ja. Es klappt. Ach. Jetzt wachse gefälligst dreckiger Baum. So, ich baue hier grad mal ein bisschen Erde ab. Okay. Ähm. Ähm. Ähm, gib mal die Axt her. Also die Spitzsacke meine ich. Ich hab dir so geile gemacht. Danke. Oh nein. Ah. Was? Falsches Loch. Da ist nichts passiert. Ja, nach dem abbauen hab ich schon... Ah, da liegen ja noch Steine. Äh. Kommt ihr Wasser runter? Nein. Okay, gut. Hm. Knifflig. So, ich hab neun Steine. Oh. 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 Ja, das war jetzt richtig Fail. Boah, ich weiß gar nicht, wo das ist, wo nicht. Ah. So. Jetzt aber. Oh. Achja. So, in der Kiste sind nochmal 13 Erde drin. Okay. Jetzt 53. Ja doch, hier sind wirklich mehr Steine, die man selbst kriegt. Ja. Äh, brauchst du einen Apfel oder so? Ich hab volles Leben. Und volles. Achso, okay. Ich würde sagen, die Erde benutzen wir nur zum Pflanzen und so, ne? Ja. Ähm. Scheiße. Was ist los? Wir brauchen Lava, wackel. Wofür das denn? Für zwei? Für ein Rezept braucht man Lava und zwar, ähm, naja. Ich mach mal kurz was. Ja. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Äh, das brauchen wir, das Ding. Das Ding brauchen wir und die Lava. Ich nehme mal kurz die Lava weg. Okay. Danke. Danke. Zwei, 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 drei. Zwei, 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 zwei. Ja, geh ich eben erst hoch. also irgendwie kann der koppel so nerven so okay dann brauchen wir ein schlauer wir hatten doch noch so ein scheiß wir haben doch eigentlich zwei eimer dann bist du einmal runtergefallen ja dann glaube ich mit der eimer was wird das für ein rezept das ist noch gar kein rezept erstmal brauchen wir den doofen baum dort die folgten nerven ja wirklich ich auch eine doppelte das kommt gerade sehr gelegen und zwar um den lavaeimer zum beispiel zu bauen bräuchte man acht kohle und einen ganz normalen eimer wo kommen wir denn die kohle her um holzkohle ah ja stimmt soll ich herstellen da erstmal den ofen kein problem ach was brauchen wir denn noch ein haus brauchen wir eigentlich nicht hast du normales holz dieses oakwood zeug ja genau das aber ich finde gut ich finde ich keine rezepte ich finde ich keine rezepte ja die kürze die paar rezepte es kann kann ich sein pass auf das ein loch wenig damit ich jetzt mal diese nette abbaumaschine ist das zu nah dran hier ich weiß nicht von anfang müsste es eigentlich gehen wir brauchen ja nur das holz wie viel holzkohle brauchen wir noch mal holzkohle brauchen wir acht für einen hier sind fünf also wollen wir das jetzt so machen dass wir am stück aufnehmen ja die folge noch nicht meine mutter muss staubsaugen mal gucken vielleicht mache ich das dann auch im display so weil das ist viel angenehmer ja man muss nicht immer wieder genau auf die uhrzeit gucken und dann richtig schneiden das war auch schon mal passiert schon falsch geschnitten ja und da habe ich das video hochgeladen ohne vorher zu gucken und dann war am anfang direkt schon die also wo ich mich also wo ich schiss gesagt habe und irgendwie dann in der mitte dann hallo und dann am ende das was eigentlich in der mitte sollte ja mein angebot steht immer noch dass du auf meinem kanal mit macht abonnenten mehr als ich habe schon zwei abonnenten dazu bekommen das fließt doch das ist schon sechs ich glaube jetzt sogar sieben heute habe ich eine davon bin ich so und wie stellt man erde her muss ich gucken ich habe nämlich die ganzen rezepte nicht im kopf ja ist das ich bin ja mal billig und ich suche noch weil wenn du bei suche skyblock eingibst dann gibt doch in kein blog rezept ein ja stimmt mal gucken toll und kurz ach so den knochen brauchen dann bestimmt für die samen ja genau ja mal später weil eigentlich am anfang reicht ja einsam ja hoffentlich bekommen wir da einen raus nach drei mal um das ja man gleich mal so eine wiese wir haben 51 erde das war schlecht jetzt mal also hier gibt es eine seite da stehen kann erde macht man aus ein cobblestone und einsam ja komm das reicht das machen drunter ein bisschen koppelstau so ich pflanze jetzt nicht nur nicht erst wenn das grün ist obendrauf so geht das sonst nicht aber wir müssen das doch irgendwie dann verbinden weißt du dass das ja grün dann müssen wir das mit dem hier verbinden sonst kann es nicht wachsen doch irgendwann ich glaube so geht es schneller so mal einfach mal machen ich hab noch erde kannst probieren ich nehme kurz die lava raus und machen doppelt die koppelstauern maschine damit wir beide gleichzeitig abbauen können ja hier wäre es dann das ist ja das ist ja ich bin ich ähm zack zack o gott ich brauch langsam essen wieder wow das ist gemeing gefährlich hier Höhö